Viel at home, so lautet das Motto des gemütlichen Frankfurter Cafés Coffee Fellows La Cité im Hause Piek und Kloppenburg. Das lauschige Bistro befindet sich in der ersten Etage des beliebten Modeunternehmens und erinnert dank bequemer Ausstattung an ein Wohnzimmer. Die großen Panoramafenster ermöglichen einen wundervollen Ausblick auf das bunte Treiben der belebten Zeil. Hier kommen Sie fernab vom Verkehrslärm zur Ruhe, ohne dabei etwas zu verpassen. Nach amerikanischem Vorbild serviert das herzliche Team rund um Franchise-Nehmerin Anna Detels neben Kaffeespezialitäten auch köstliche Bagel-Variationen sowie luftige Kuchen und leckere Cookies. Lassen Sie sich bei einer duftenden Tasse Cappuccino oder Chai-Latte verwöhnen und genießen Sie die entspannte Atmosphäre, während andere noch hektisch ihre Einkäufe erledigen. Oder gönnen Sie sich einfach eine kurze Pause zwischendurch. Coffee Fellows La Cité – fühlen Sie sich wie zu Hause.